Liebe Schach-Community, es läuft gerade die zweite Runde des Kandidatenturniers in Toronto. Eine Partie ist schon zu Ende und genau die will ich euch schon zeigen. Die zweite Runde ist wirklich super, super spannend und ganz tolle Partien, die wir sehen. Ich habe den Livestream verfolgt die ganze Zeit und werde ihn noch verfolgen, aber ich will euch schon die erste entschiedene Partie zeigen, und zwar die zwischen Ikaru Nakamura gegen Vedit Gujarati. Nakamura am ersten Tag, Remy mit Ach und Krach, mit Glück gegen Caruana. So, was kann er mit Weiß hier gegen Gujarati ausrichten? Vedit hat sich in den letzten zwei Jahren mega verbessert, ist in der Weltrangliste immer weiter nach vorne gekommen und hat ja den Fidegrant Swiss gewonnen und sich dadurch für das Kandidatenturnier qualifiziert. Wir gehen rein. Nakamura beginnt hier mit E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, Springer F6, Spanische Partie, Berliner Verteidigung, D3 deckt den Bauern, Läufer C5, C3, Rojade, Rojade und jetzt hier D6. Interessanterweise spielte Alirisa Firuzscha D5 hier gegen Jan Nepomnici in der gleichen Runde. Die Partie läuft noch. Ich werde euch am Ende des Videos auch nicht die anderen Ergebnisse sagen, denn ich plane eventuell noch ein zweites Video. So, erstmal D6 hier. Das ist eine ganz normale Variante, die sehr häufig gespielt wurde. Es geht weiter mit H3, prophylaktischer Zug, ganz typisch, deckt das Feld G4. Springer E7. Typisches Unmanövrieren des Springers nach G6. C6 ist auch eine Idee. Jetzt folgt D4. Angriff auf den Läufer. Bis hierhin wurde eigentlich fast immer Läufer B6 gespielt. Und dann geht es weiter mit Turm E1, den Bauern E4 decken zum Beispiel. Springer G6, Springer B2, C6 und dann kann Weiß sich überlegen, wohin mit dem Läufer. Wurde alles schon gespielt. Aber, Widdich hatte hier eine Überraschung parat. Und zwar C6 hier. Gemäß meiner Datenbank wurde dieser Zug noch nicht gespielt. Jetzt gibt es für Weiß zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht den Läufer zurück oder er schlägt den schwarzen Läufer hier. Es ist kritisch, wahrscheinlich den Läufer zu schlagen. D schlägt C5, schlagen auf B5, schlagen auf D6. Man gewinnt erstmal einen Bauern. Springer G6, Turm E1. Aber Schwarz bekommt den Bauern wahrscheinlich wieder mit Läufer E6 zum Beispiel. Und die Idee ist da mit B6, Turm D8 und dann den D6 zurück zu erobern. Weiß hat nicht genug Zeit, so wie es aussieht, diesen Bauern zu verteidigen. Nakamura ist natürlich bewusst in diesem Moment, dass sein Gegner C6 vorbereitet hat. Und er spielt Läufer D3. Geht zurück, sagt, nee, C5 nehme ich nicht. Er dachte hier sieben Minuten nach. Gujdate geht zurück nach B6 mit dem Läufer. Jetzt könnte Weiß per Zukunftsstellung in die Varianten einleiten, die ich genannt habe. Zum Beispiel Turm E1 hier. Springer G6 und dann halt Springer BD2. Normale Züge. Aber, ich weiß nicht wieso, er nahm auf E5. D schlägt E5. Naja, er dachte hier, ihr seht es 22 Minuten nach und nahm auf E5. Der Grund ist klar. Die Frage ist, was kommt denn jetzt hier nach D schlägt E5? Springer schlägt E5. Man gewinnt erstmal einen Bauern. Was ist denn hier bitte schon die Idee? Was macht hier Schwarz? Wieso opfert er hier einen Bauern? Ganz einfach. Was heißt ganz einfach? Natürlich mit Computervorbereitung hier klatscht Gujdate den Läufer auf H3 rein. Läufer schlägt H3. Was ist das denn? Was soll denn dieses Opfer hier? Ähm. Schauen wir mal. G schlägt H3. Das spielte Nakamura übrigens nicht. Wir kommen gleich zur Partie. Was passiert denn hier nach G schlägt H3? Dame B8. Was für ein Zug. Greift den Springer an. Und der Springer kann nicht wegziehen. Zum Beispiel Springer GF3. Dame G3 Schach. König H1. Dame Schlichter 3. Springer H2. Und hier Turm A D8. Und Schwarz wird hier gewinnen. Man könnte hier noch F3 probieren. Aber nach Springer H5 hier. Ihr seht das auch am Balken. Steht Schwarz komplett auf Gewinn hier. Das hatte Gujulati alles vorbereitet. Es gibt hier aber einen ganz klar besseren Zug. Und zwar Läufer F4. Man kann die Figur zurückgeben. Hier Läufer C7. So weiß muss die Figur zurückgeben. Der Springer kann nicht weg. Dann fällt der Läufer. Läufer H2. Läufer Schlicht E5. F4. Läufer zurück. Dame F3. Springer G6 zum Beispiel. Und ich bin mir sicher, dass Gujulati sich diese Stellung genau angeschaut hat. Sie ist ausgeglichen. Weiß hat einen relativ offenen König. Aber er hat das Läufer Paar. Ich bin mir gar nicht sicher, mit welcher Farbe ich hier lieber spielen würde. Er hat ja auch hier ein schönes Bauernzentrum. Also eigentlich finde ich die Stellung ganz gut mit Weiß. Aber sie ist ausgeglichen. Weil der König halt so offen steht hier. So das war mit Sicherheit die Hauptvariante in der Vorbereitung von Vedit. Und die war jetzt aber zu Ende, weil Nakamura relativ schnell Springer C4 spielte. Und das ist ein Fehler. Er hätte den Läufer nehmen müssen. Wir wissen natürlich alle, Nakamura ist ein großer Praktiker. Aber hier funktioniert das nicht gut. Läufer G4. Er nimmt sich hier 18 Minuten Zeit für Läufer G4. Der Zug ist aber offensichtlich. Greift die Dame an. F3 ist nicht möglich natürlich. Dame C2. Und jetzt Vedit wieder sehr lange nach. Und spielte Läufer C7. Das ist ein vernünftiger Zug. Es gab hier noch Springer G6 als Alternative. Aber belassen wir es dabei. Läufer C7 ist ein vernünftiger Zug. Man möchte den Läufer behalten auf dieser langen Diagonale. Nakamura spielt sofort E5. Jetzt kann der Springer nach D5 oder D7. D5 ist wahrscheinlich eine Nuance besser. Vedit geht aber nach D7 zurück. Läufer schlichter 7 Schach. König A8. So, zeitlich inzwischen angeglichen. Vedit hat sehr viel Zeit investiert in die nächsten Züge. Seitdem er aus der Theorie raus ist. Aus seiner Vorbereitung raus ist. Und diese Stellung ist ultra schwierig für Weiß. Um hier die richtigen Züge zu finden. Ja, muss man entweder einen Chip unter der Haut haben. Oder man ist Stockfisch. Als Mensch findet man ihn nicht. Die Varianten sind völlig verrückt. Vor allen Dingen materiell ist es ausgeglichen. Ne, nicht ganz. Weiß hat sogar einen Bauern mehr. Und was würde jetzt jeder normale Spieler tun? Den Läufer zurückziehen nach D3. Nakamura macht es. Das ist ein Fehler. Was hätte man spielen können? Es gibt einen Zug hier F3. Läufer E6 zum Beispiel. Und hier G3. Den C4 opfern. Mit der Idee Dame H2 kriegt man einen riesen Angriff. Letztendlich führt diese Variante zu einer ausgeglichenen Stellung. Ist aber auch ultra kompliziert. Noch komplizierter ist der völlig verrückte Zug. Dame E4. Das sieht so aus, als ob hier Schwarz sofort gewinnt. Wegen EF6 Springer F6. Hier gewinnt man eine Figur. Die Dame kann den Läufer nicht mehr angreifen. Die hat kein Feld hier. Dann wird getauscht. Dann hängt er A7. Hier gibt es aber das völlig verrückte Läufer schlicht F5. Ja sicher. Jetzt hängt der Läufer. Deswegen müssen wir den Läufer nehmen. Aber Dame A4 Schach. König G8. Läufer G5. Plötzlich ist diese Fesselung super, super stark. Es kommt noch Springer D6 da rein. Wenn der Turm hier den Springer deckt. Und völliges Chaos. Und am Ende ist auch wieder eine ausgeglichene Stellung. Total verrückte Variante. Das kann niemand berechnen. Nicht mal ansatzweise. Kein Wunder, dass Nakamura jetzt hier Läufer D3 spielte. Ihr seht es auch. Er dachte schon 20 Minuten nach. Weil er merkt natürlich, dass er schlecht steht. Warum steht er überhaupt schlecht? Ganz einfach. Er hat nichts entwickelt. Der ganze Damenflügel ist noch voll im Tiefschlaf. Und Schwarz hat hier aktives Spiel. Erstmal B5. Vertreibt den Springer. Springer E3. Und Springer E5. Schwarz hat seinen Bauern wieder. Und vor allen Dingen, er hat alle Figuren im Spiel. Während Weiß immer noch nicht alles im Spiel hat. Ich dachte, ich hätte gerade ein paar Ergebnisse gesehen. Aber das stimmt nicht. Das sind nur die Resultate von gestern. Was sollte Weiß hier machen? Springer schlicht G4. Das ist das kleinste Übel. Springer schlicht G4. G3. Und dann F5. Ja gut, der schwarze Angriff rollt hier. Dame D6 hier. Dame G6. Dame H5. Das ist eigentlich nicht abzuwehren. Vergess die Browser Engine. Die kommt damit gar nicht klar. Lokal bekomme ich hier von Stockfish 16 noch einen größeren Vorteil angezeigt. Aber Nakamura ist nicht gut drauf. Am zweiten Tag spielt hier Läufer E2. Und ihr seht es, der Balken droppt nach unten. Der Zug ist richtig schlecht. F5. Schwarz schafft Platz. Deck den Läufer. Ja, die sechste Reihe ist natürlich auch offen hier. Gibt hier dieses Motiv Dame D6. Und auch hier sollte Weiß mit dem Springer auf G4 nehmen. FG4. Läufer G5 habe ich noch kurz analysiert. Dame D6. Es droht Springer F3 Abzug. G3 deswegen. Springer F5. Die Stellung ist gewonnen. Aber hier hätte Weiß vielleicht noch ein paar Chancen gehabt. Ist nicht so klar wie in der Partie. Zumindest was die Stellung betrifft. Nakamura spielt hier das verrückte F4. Wow. Greift den Springer an. Aber hier kommt, wie aus der Pistole geschossen, Läufer B6. Fesselt hier den Springer. Idee ist Springer D5. Fe5 kommt Springer D5. Dann ist es auch direkt Feierabend. In der Partie kommt es ein bisschen anders. König F2 mit der Idee Turm A1 Schach. Der König geht auf Wanderschaft hier. Auch lustig. Springer D5 trotzdem. Turm A1 Schach. König G8. Hier hat Weiß keine Züge im Prinzip. Fe5. Dame G5. König A1. Der König läuft weg. Läufer schlägt E3. Diese Stellung ist natürlich eine Katastrophe. Weiß immer noch. Nichts entwickelt am Damenflügel. Läufer G4. Dame G4. Läufer E3. Springer E3. Dame E2. Weiß versucht hier die Damen zu tauschen. Mit dem König auf E1. Nein. Dame G3 Schach. König D2. Turm A D8 Schach. König C1. Und jetzt hier sehr stark. Dame G5. Droht ein Abzug des Springers. Man hat aber keine Züge mit Weiß. Was soll man hier machen? Witzig wäre sowas wie Dame H5. Dame H5. Turm A5. Und Turm D1 Matt. Sehe ich gerade. B3 hier von Weiß. Versucht hier ein Luftloch für den König. Es ist aber zu spät. Springer F1 Schach. Ist die prosaische Variante. Nakamura gab auf. Wegen König B2 und Springer G3. Dieser Gabel. Simple Gabel. Dame E1 könnte man noch spielen. Springer nimmt. Dame nimmt. Und hier. Weiß der Geier F4. Dame schlicht E5. Das wollte sich Nakamura nicht mehr antun. Qualität weniger. Bauer weniger gleich. Was für ein Desaster für K. Und Nakamura. Unglaubliche Partie. Und was für ein Big Point für Widit. Mit Schwarz gegen einen der Turnierfavoriten zu gewinnen. Das ist richtig, richtig fett. Für den indischen Großmeister. Selbstbewusstsein natürlich riesig. Für Nakamura dagegen. Natürlich ein heftiger Schlag ins Kontor mit Weiß. So unterzugehen. So wie gesagt. Ich wollte euch die anderen Ergebnisse noch nicht mitteilen. Ganz einfach. Weil die anderen Partien noch laufen. Ich sehe da gerade. Da ist irgendwas zu Ende gegangen. Aber ich will es noch nicht mitteilen. Weil ich vielleicht noch ein zweites Video mache. Dass ich dann morgen. Beziehungsweise. Was heißt morgen. Wir haben ja schon. Freitagnacht. Am Freitagmittag. Noch veröffentlichen werde. Weil es war eine sehr, sehr geile Runde. Und ich bin gespannt. Wie die anderen Partien ausgegangen sind. Richtig geiles Schach. Und eine Sache noch. Es zeigt sich. Dass mit dieser Bedenkzeit. Ohne Zeitgutschrift. Bis zum 40. Zug. Wirklich super interessantes Schach gespielt wird. Und das ist eine sehr, sehr gute Maßnahme. Bei der Fide. Das einzuführen. Nicht nur bei diesem Kandidatenturnier. Sondern schon vorher bei der Weltmeisterschaft. Denn das ändert komplett die Voraussetzungen. Und die Spieler gehen auch deutlich mehr Risiko. Auch in den Eröffnungsvarianten. Alles klar. Das erstmal von mir. Zu Kandidatenturnier. Nakamura. Geht in der zweiten Runde. Unter. Gegenwidit. Zweite Partie. Samstag Mittag. Ne. Wir haben schon Samstag. Nicht. Freitagnacht. Samstag Mittag. Samstag Mittag noch. Werde ich veröffentlichen wahrscheinlich. Macht's gut. Schön, dass du noch da bist. Kennst du eigentlich schon Chesamee The Big Greek Academy? Dort findest du eine Menge Kurse über Eröffnungen. Mittelspielthemen. Endspielthemen. Und eine tolle Serie über Weltmeister. Klick einfach auf das Banner. Und schau nach. Ob auch für dich etwas dabei ist.